Ihr wollt wissen, welches Spiel heute drankommt? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Spielkind und damit herzlich willkommen auf meiner Spielwiese. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Und da sich der Sven um bestimmte Themenbereiche im Leben gedrückt hat, habe ich ihm heute ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Er wird heute den Mother Simulator spielen und dann kann er mal zeigen, ob er mit Babys umgehen kann. Euch wünsche ich dabei viel Spaß! Hallöchen! Lieber Herr Spielkind, die Vorbereitung ist schlecht. Sehr schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Für das Spiel hätte ich eine Perücke bekommen. Ich habe es so verdammt. Ja, so ein billiger Scheiß. Aus dem Karnevalsladen, der Amazon bestellt. Oder wo auch immer. Aber wenn ich jetzt die Mutter spielen soll, dann brauche ich doch unbedingt eine schöne Perücke. Ja, ich habe schon etwas längere Haare, aber auch nicht so schöne blonde Perücke. Beim nächsten Mal bitte. Ja, gerne, danke. Schauen wir mal. Ich versuche es mal so durchzuhalten. Ich kann es verstehen, wenn es euch zu stressig ist. Aber lasst trotzdem einen Daumen hoch da. Abo drücken. Schocken, Schocken, Kommentaren, komplette Programme. Select Challenge Survival Mode Options. Das sieht gut aus. Russian. Und English. Okay, wir bleiben bei English. Und abblühen. Abblühen kann ich. Okay, machen wir eine Challenge oder machen wir den Survival Mode? Ich habe da keine Vorgaben bekommen, deswegen würde ich jetzt immer auf Select Challenge. Wir gucken mal. Ich habe auch nur eine. Meet the Baby. Hoffentlich bleibt das weiterhin so verpüßelt. Sonst habe ich einen. Ich muss nochmal in die Option. Leute, das müsst ihr euch leider antun. Das tut mir wirklich leid. Im ganzen Herzen. Haben wir hier sowas wie... Okay, es gibt keine Zensurfunktion. Wir schauen jetzt einfach. Wir mieten mal das Baby. Machen wir ein Training oder machen wir ein Play? Wir machen ein Play. Welcome to your first test in the Mother Simulator Show. During each test, you can see brochures on the walls. These are instructions for young mothers, which detail how to perform certain tasks directly in front of you. It's one of these instructions. To approach it, use Vost. Then cover over it and click on the left mouse button to read it. Hört mich doch alles hier am Arsch. Warum machst du wieder so drum? Okay, wir gehen. Okay. First. Was für ein Ding? Above your baby, you can see a cloud of his desires that shows that the child wants a pacifier. What a pity that it got dirty. Before you give the baby a pacifier, you should wash it. Go to the kitchen, where you will find a pacifier in the second poster with instructions. There is the pacifier, bomb, and instructions, taking the left mouse, holding blablabla, nippel. Anmachen. Sauber. Noch mehr? Fresse halten. So. Ja. Hat die Zeit nicht mit zwei Minuten angefangen? Wie soll ich das denn? Gucken wir doch mal, wer sie sonst noch so... Niemand. Okay. Gift from the baby. Gift from the baby. Ah, it seems so... Oh shit. Nein, LP. Also, okay. Okay. Ah, dann wollen wir mal schauen. Dun, 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 dun. Eh, der Leifers, remove der Fers, und der Dirtyer, throw it into the wastebasket, so... Dun, 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 dun. Okay. Um... Yeah. Wie... Wie, wie... Hoppe ich das lebe? Ach, tsch... Sag mal! Ach, ich 필요bar auf. Ah, du... Ach, bitteschön. Wie minus zehn Punkte. Oh. 8. 10. Okay. X. 11. 21. 22. Okay, ich muss offensichtlich Essen machen. Sehr seltsam. Okay, try here. Simulator Infanta Formula. Do cook it go to the kitchen. Wo ist die Fläche? Hier ist die Fläche. Ach du shit, ist das alles wieder dreckig. Mach an was sauber ist. Stell mal da hin. Oh, äh. Jetzt ist es wieder dreckig. Mann, man macht ja auch immer nur sauber hier. So. Ah. Ehrlich? Riecht denn das? Ja. 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 Wie kriege ich das jetzt? Ja. 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 Das Kind kriegt jetzt heißes Wasser, oder was? Ach nee, ich will. Schau mal, Alter. Okay. Also, das ist sehr anstrengend. Himmel, Herrgott! Nimm das. Sag das da hin. Dann... ...abstellen. Okay. Das zurück. Oh, drei Löffel reichen wohl, oder? Die braucht man. Äh, vor mir ist ein paar Lied. Put the table in your box with your hands. Yes, put the contents out. When you finish, close the bottle. Erstens muss jetzt Wasser drauf. Einnehmen. So, dann stellen wir das da hin. Darf ja auch nicht zu heiß sein. Das Kind soll sich ja nicht verbrühen. Sama! Komm her, Blach! Minus 10! Was zum Geier stimmt mit dieser... Das ist ja so viel einfacher. Und ballern! Minus 10 nehmen. Minus 10 aufschrauben. Tasche nehmen. Musst die noch schütteln. So. Tasche geschüttelt. Ähm. Da, Blach! Nimm! Nein, ernst? Wie nochmal? Noki. Warum ist der schon wieder dreckig? Nein! Ein Pro-Tipp von mir. Nehmt euch einfach eine Frau, die schon ein Kind hat. Wo der ganze Scheiß schon hinter euch liegt. Oder hinter denen liegt. Ich bin ursprünglich ein Entland dann... Ähm. Mach mal so. Ich bin mit meinem 13-Jährigen sehr zufrieden. Mit dem... Der ist auch nicht immer leicht, aber... leichter. So, gucken wir uns das nächste... Oh! Hard moving! Oh, ich werde sogar dieses Kind fallen lassen. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich habe es nicht gelesen. Ist mir auch egal. Äh, now you also need to eat it. Äh, to eat... Jaaa! Kannibalismus und da gehen dann! Ähm. In the upper left corner of the screen you can see the scale of hunger. If it goes down to zero, then you will hear the signal of the end of the test and you have to start again. Fulfill all the wishes of the baby to complete the test and welcome to your no home, no body. Nuki. Nuki. Go, go. Küche? Herz? Ja. Na, 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 na... Da. Da war es. Hunger. Hunger. Na. Ha, 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 ha. Und... ich habe mich jetzt einfach voll macht sauber hier auch ein was willst du noch wer hattest du gerade noch wo hast du den ok damit kann ich es nicht sauber machen aber ich verblende mich auch nicht ich kann nicht wissen während ich die ich hab gerade draufgeklickt ja gut ich weiß ok nehmen mysteriöse weise verschwinden hier noch ist ja wasser mit luke in der hand kann ich nicht die zwei hände ich habe vermutlich hunger hinterfunger ähm wäschen wäschen anderen wäschen voll wäschen 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 herz mit früher voll machen das sieht professionell aus sauber das genug drin wenn überhaupt was drin ist dann machen wir den Leute so schnell geht das mit dem hunger kriegen nicht sauber Hunger die wasserrechnung wird dieses jahr aus weiß auch nicht warum das nicht wo ist der müll in diesem nicht daneben schmeißen das ist die wendel hin Also dieses Spiel ist wirklich hart an der Realität vorbei, also zumindest an meiner Realität vorbei, weil wenn ich essen gehe, dann esse ich so viel, als ich keinen Hunger mehr habe, schieb mir das zur Null rein und könnt ja weitermachen. Und ich habe zwei Hände, zwei Vergängende, da eine und da ist eine zweite. Ich kann durchaus was essen, während ich einen Schnulli in der Hand habe. Ja, ey. Was soll ich machen? Ja. 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 Ich finde diese Entsorgungsmethode richtig gut. Ja. 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 Viele Eltern machen Windelweitwurf. Weißt du, dieses Kind mit Windeln um sich? Das ist gerade ein bisschen blöd, weil ich versuche mich tatsächlich darauf zu konzentrieren. Das Gute daran ist, das wird auch die letzte Task sein, die wir machen. Tisch. Okay. Komm, zwei schaffen wir doch noch. Na, verbund. Im Grund habe ich noch getroffen. Wunderbar. Komm, rein da. Na. Ja. Schön, wie ich durchs Fenster greife. Ja, ja. Es war zu hoch. So. Geschafft. Geschafft. Gott sei Dank. Meine Fresse. Ja. Ein wunderbares Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Glocke, Abo, Kommentar, alles. Wow. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst. Und damit Käffchen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.